Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Vor einigen Monaten habe ich ein Video erstellt, wie man eine APK erstellt mit dem RPG Maker und Android Studio. Allerdings haben ein paar Leute Probleme, eine APK zu erstellen mit dieser Methode. Und ich muss dazu sagen, ihr habt vollkommen recht, das Video funktioniert einfach nicht mehr. Wegen vermutlich den Updates, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe es auch nochmal versucht mit der Methode und es hat nicht funktioniert. Vermutlich sind die Updates das Problem. Und dieses Problem wollen wir heute beseitigen. Deswegen zeige ich euch in diesem Video noch einmal, wie man eine APK erstellt mit Android Studios. Diese Methode gilt natürlich auch wie im letzten Video nur für den RPG Maker MV, nicht für den RPG Maker MZ. Wir benutzen eine ganz bestimmte Version von Android Studio und wir benutzen auch eine ganz bestimmte Version vom Android Silent. Mit dieser Methode muss es auf jeden Fall hundertprozentig funktionieren, denn die Updates sind hier ausgemerzt. Wir werden nämlich alte Versionen benutzen. Das Problem ist einfach, wenn ich jetzt nochmal ein Video mache zu den neuesten Versionen zur Android Studios, dann kann ich das in zwei Monaten nochmal machen. Deswegen benutzen wir diese Version, diese beide Versionen und die werden hundertprozentig funktionieren. Und die werden auch hoffentlich immer funktionieren. Viel Spaß mit diesem Tutu. Als aller aller erstes werde ich euch zeigen, welche Version von Android Studio ist. Android Studios ihr runterladen solltet. Es gibt eine Internetseite, da könnt ihr ältere Versionen von Android Studio runterladen und ihr müsst dazu auf die Version 2022 1.1 gehen. Genau diese hier, die werden wir jetzt runterladen und danach müssen wir diese Version auch installieren. Danach gehen wir zu Java Downloads und holen uns noch das Java SDK. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher jetzt, ob man das Java SDK braucht. Ladet es auf jeden Fall mal runter. Schadet nicht zu installieren. Ich habe es auch installiert. Ich glaube, man braucht es dazu. Ich bin kein Android Studio Genie. Ich benutze das Programm auch nur vielleicht zu 5%. Und ich bin auch froh, wenn ich eine RPK mit einem RPG Maker erstellen kann. Also ladet euch die beiden Sachen runter und installiert es. Zusätzlich könnt ihr noch BlueStacks installieren. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Das ist einfach nur ein Android Emulator. Damit könnt ihr direkt nach dem Export schauen, ob das Spiel funktioniert. Und dann müsst ihr es nicht extra aufs Handy schieben und dort installieren, sondern ihr könnt es direkt an eurem Computer testen. Das könnt ihr optional noch dazu herunterladen. So, nachdem wir Android Studio, Java SDK und BlueStacks installiert haben, brauchen wir noch den Android Silence. Das ist dieser hier. Der Android Silence ist eine ganz bestimmte Version. Es ist eine ein bisschen ältere Version. Diese könnt ihr auf meiner Itch.io Seite herunterladen. Ich habe mittlerweile auf meiner Itch.io Seite meine ganzen Tutorials und so weiter verlinkt. Auch die ganzen Ressourcen, die ihr zu meinen Tutorials braucht, ist auf meiner Itch.io Seite. Link dazu ebenso in der Videobeschreibung. Könnt ihr alles kostenlos herunterladen, was ihr da braucht für meine Tutorials. Und den Android Silence werde ich hinzufügen. Nachdem wir das haben, werden wir jetzt Android Studios aufmachen. Das dauert eine geschmeidige Zeit. Nachdem ihr Android Studios geöffnet habt, gehen wir hier einmal auf Open und navigieren zu unserem Android Silent. Der Android Silent wird dann hier mit so einem kleinen Android Symbol angezeigt. Und dieses müssen wir nun öffnen. Klickt den Android Silence an und klickt auf OK. Hier kann es zu einer kleinen Fehlermeldung kommen. Der Android Studio traut dieser Datei nicht so hundertprozentig und zeigt euch diese Meldung an. Trust Project oder nicht. Ihr trustet das Project einmal, also ihr vertraut diesem Projekt jetzt einmal, damit ihr das öffnen könnt. Diese Meldung kommt nicht, weil sich dahinter ein Virus versteckt oder sonst irgendwie was gefährlich ist. Sondern es kommt einfach nur daher, da ihr nicht mit dieser Version dieses Projekt geschrieben habt. Sondern irgendein anderer geschrieben hat. Deswegen kommt die Meldung. Nur damit ihr wisst, hier wird gerade Code aufgerufen, der wahrscheinlich eventuell schädlich sein kann, weil Android Studio dieses Projekt einfach nicht kennt. So, einmal hier auf Trust Project und dann wird sich das auch öffnen. Wenn wir diesen Android Silent öffnen, dann werden wir erstmal sehr lange warten müssen, bis das alles geladen hat. Unten rechts seht ihr auch den Ladebalken, aber meine Kamera verdeckt das gerade. Ich mache mal eben kurz meine Kamera weg, damit ihr es auch sehen könnt, dass es hier gerade lädt. Genau hier ist der Ladebalken. Und wenn der fertig ist, dann ist euer Projekt geladen. Ich kann es auch mal nochmal ein bisschen weiter hochschieben, damit ihr es seht. So, hier da oben befindet sich der Ladebalken. Wenn hier nichts mehr dran steht, dann ist euer Projekt geladen. Sobald, solange hier noch ein Ladebalken zu sehen ist, lädt es noch irgendwas im Hintergrund runter oder macht irgendetwas. Lasst es einfach machen, bis es komplett fertig ist. Nach einer kurzen Wartezeit sollte das Programm gestartet sein und Android Studios sollte so aussehen wie hier. Wir sehen, da unten ist eine ganz kleine Meldung hier unten. Project, Update, Become, bla 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 bla. Macht das bloß nicht. Nicht updaten, nichts dran machen. Einfach nur aufmachen, so wie es ist. Und nichts updaten, nichts upgraden, gar nichts. Die Version, die wir haben, die brauchen wir. Und auch die Version vom Android Science, die brauchen wir auch. Wir navigieren jetzt zu Assets. Und dort sehen wir, dass schon ein www Ordner vorhanden ist. Das ist eine ganz alte Version von meinem Game Paraquid. Ihr könnt quasi den Android Science runterladen und direkt eine APK damit machen und damit testen. Dann wird Paraquid auf eurem Handy höchstwahrscheinlich laufen, wenn es funktioniert. Und es wird dieses Mal hoffentlich auch funktionieren, liebe Leute. Als Test könnt ihr direkt am Anfang hier oben auf Bild gehen und dann Bild Bundle APK. Danach wird es wieder eine Zeit lang dauern und ein Ladebalken wird kommen, bis die APK dann wirklich erstellt ist. Wartet einfach so lange. Wie es aussieht, wenn ihr eine APK erstellt, zeige ich euch nachher im Video. Ich will euch hier noch ein paar Sachen zeigen, die ihr umändern könnt. Als erstes kommen wir natürlich kurz mal zu den Icons, die man sieht auf dem Startbildschirm. Auf eurem Android Gerät. Das sind die hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann habt ihr noch runde APKs. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 5 Bilder. Hier genauso. Foreground ist meistens so das, was ihr seht auf eurem Startbildschirm. Die runde Icons war damals früher für Tablets. Mittlerweile sind die glaube ich auch nicht mehr rund. Wenn wir hier mal drauf gehen, sehen wir ein Bildchen vom RPG Maker und es sind verschiedene Größen. Ihr müsst die ganzen Bilder einfach nur umtauschen. Ich bin ganz ehrlich, die verschiedenen Größen, die wir hier haben, ich mache die gar nicht mehr. Das ist mir viel zu anstrengend und heutzutage braucht man auch keine unterschiedliche Größe mehr. Ich mache das immer folgendermaßen. Das größte Bild, ich gehe meistens hier, Icon Foreground, nimm das größte Bild, das ist das hier. Und ich kopiere das Bild einmal und füge es hier ein. Hier hat man jetzt ein Icon Foreground PNG. Das hier, das hat die Größe von 432 x 432. Ich benutze meistens eine Größe von 512 x 512. Das kann man auch benutzen. Ihr könnt aber auch diese Größe benutzen. Das könnt ihr mit GIMP dann bearbeiten und umändern. Wenn ihr das ungeändert habt, dann klickt dich hier einmal auf kopieren. Und geht hier zur Icon Foreground und tut es hier einfügen. Und hier habt ihr die verschiedenen Bilder. 1, 2, 3, 4, 5. Und ersetzt diese auch. Einfach draufklicken, dann auf OK, dann nochmal auf OK. Und dann kommt, ja es befindet sich schon im Foreground. Und PNG, da wollt ihr es überschreiben oder nicht. Wir überschreiben das jetzt einmal. Und dann ist es auch in diesem Ordner. Das alles müsst ihr auch mit PNG machen. Ihr kopiert das PNG. Fügt es hier ein und könnt es dann ebenso ändern. Ich mache meistens nur ein Icon in der Größe 512 x 512. Und ersetzt die ganzen Dateien. Ihr müsst dann halt nur noch die Namen umändern. Damit spart ihr einiges an Zeit. Und ihr müsst es nicht in unterschiedlichen Größen machen. Weil das lohnt sich heute sowieso nicht mehr. Meiner Meinung nach. So. Das gleiche macht ihr auch mit App Icon. Aber Vorsicht. Diese Datei da unten. App Icon.xml. Nicht überschreiben. Das ist mir nämlich auch schon ein paar Mal passiert, dass ich da drauf geklickt habe. Und das mit dem Bild überschrieben habt. Dann ist eure ganze Datei futsch. Da aufpassen. Genauso eben wie hier. Nicht überschreiben. Sonst ist eure ganze Datei futsch. Als nächstes gehen wir hier zu Quental Scripts. Und dann zu Build Quental. Hier können wir den Pfad auswählen. Wo die ganzen Save Dateien sind. Hier zum Beispiel ist das ID.application. Das lassen wir so. Punkt Paracryd. Das ist der Speicherort für eure App. Diesen Namen könnt ihr auch in eurem Spiel umbenennen. Dann ist der Pfad Punkt Fantasy. Zum Beispiel. In diesem Fall lassen wir jetzt einfach ein Paracryd drin. Ihr könnt das dann später umbenennen. Versionscode ist. Welche Version ist denn euer Spiel? Wenn das die erste App ist für euer Spiel. Dann lasst ihr es auf 1. Solltet ihr ein Update machen. Zu eurem Spiel. Dann erhöht ihr es auf 2. Und so weiter. Das ist der Versionscode den Android Studio braucht. Um euer Spiel abzudaten. Dieses hier. 1.0. Das ist die Versionsnummer. Die den Spieler auch angezeigt wird. Wenn man mal auf so eine APK. Auf Eigenschaften klickt. Oder sowas. Dann könnt ihr hier 1.5 machen. Oder 1.1. Je nachdem welche Version euer Spiel ist. Als nächstes gehen wir hier zu Manifest. Und dann zu Android Manifest. Dort klicken wir doppelt drauf. Dann öffnet sich dieses Fenster hier. Und hier bei RPG Maker MV könnt ihr den Namen hinschreiben. Der euer Projekt hat. Das ist der Name der später angezeigt wird. Wenn ihr das Spiel auf eurem Startbildschirm seht. Wir nehmen hier und machen einfach mal Paraquid. Eine kleine Chai gibt es noch. Und zwar wenn ihr euer Spiel beenden wollt. Auf eurem Android Gerät. Dann kommt so eine kleine Message. Do you wish to quit? Und diese Nachricht. Die kann man noch umändern. Standardmäßig steht da nämlich drauf. Do you wish to quit? RPG Maker MV. Und dort bei RPG Maker MV könnt ihr zum Beispiel hinschreiben euer Spielname. Ihr könnt das auch eindeutschen. Wenn ihr wollt. Willst du mit dem Spiel aufhören. Dieses Dollarzeichen und eins aber bitte dran lassen. Ansonsten wird euer Spielname nicht angezeigt. Und das war es jetzt auch eigentlich schon mit den ganzen Einstellungen. So wir wollen jetzt natürlich unser Spiel startklar machen. Und auch in Android Studio einfügen. Dazu gehen wir einfach zu unserem RPG Maker MV und klicken auf Datei, Bereitstellung, Android Studio. Verschlüsseln oder nicht, bleibt euch überlassen. Meistens mache ich nicht verschlüsseln, weil das sowieso eine APK ist. Da braucht man das nicht unbedingt. Klicke dann auf OK. Nachdem das Spiel exportiert ist, hat man hier einen WWW Ordner. Dann klickt man hier auf Kopieren und man markiert Assets. Hier klickt man dann auf Einfügen. Auf Paste sozusagen auf Englisch. Ich mache das in diesem Fall nicht, weil ich habe ja schon einen WWW Ordner da drin. Ihr macht das. Danach kommt eine Message, wollt ihr alles überschreiben oder nicht? Ihr überschreibt die ganzen Dateien, die da drin sind und klickt auf OK. So, euer WWW Ordner ist jetzt hier drin und da befinden sich auch die ganzen Assets und so weiter. Jetzt können wir auf Bild gehen, Bild APK und auf Bild APK klicken. Easy as dead. Jetzt dauert es natürlich einige Zeit lang, bis die APK auch erstellt worden ist. Hier unten ist wieder so ein Ladebalken. Ihr müsst warten, bis das komplett fertig ist. Nachdem die APK fertig ist, wird sich hier unten ein kleines Fenster öffnen und hier geht ihr einmal auf Locate. Dann öffnet sich hier das Fenster mit eurer APK. In diesem Fall ist es das hier. Das könnt ihr dann umbenennen in den Namen von eurem Spiel. Diese Datei könnt ihr dann benutzen, um es auf eurem Handy zu installieren und zu testen oder eben mit BlueStacks zu öffnen. Juhu, das war es mal wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, mit dieser Methode kann jeder von euch eine APK erstellen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es mit dieser Methode geschafft habt. Denn Android Silence werde ich, so wie er ist, auf meiner HIO-Seite euch anbieten. Ihr müsst ihn dann nur runterladen und dann könnt ihr auch direkt eine APK draus machen, weil Parakid ist ja schon drin. Die DNA-Uralte-Demo-Version von diesen Spielen ist schon drauf. Wenn dieser Export funktioniert, dann funktioniert es auch mit eurem Game. Sollte euer Game eine Fehlermeldung anzeigen, liegt es dann höchstwahrscheinlich nicht mehr am Android Studio, sondern daran, dass ihr ein Plug-in benutzt habt. Das mit Android wahrscheinlich nicht kompatibel ist, sollte eine Fehlermeldung kommen. Am besten versucht es erstmal mit einem neu angefangenen Spiel. Einfach mal ein Spiel mit dem RPG-Mac MV neu erstellen und dann exportieren. Am besten mal ein Spiel benutzen, das nicht so viele Plug-ins bzw. gar keine Plug-ins benutzt. Eventuell werde ich noch ein extra Video machen, auf was ihr achten müsst, um euer Spiel Android-tauglich zu machen, denn sehr viele Plug-ins funktionieren nicht auf Android. Wenn euer Spiel viele Plug-ins benutzt, könnte es zu Fehlermeldungen kommen. Wenn ihr so ein Video haben möchtet, gerne auch in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüssi Gorski.